Das Wichtigste bei der Einrichtung meines Salons ist für mich immer gewesen, dass ich außergewöhnlich bin. Ich bin Anastasia, ich bin auch Superlinder, Meisterwerke 2. Vertraut euren Frisuren. Man hört auf zu denken, macht das lieber mal selber. Es ist ganz wichtig, sich mitzuteilen und eine vertraute Person zu finden. Ob ich das bin, ist es egal. Es ist wichtig, dass man wieder mehr zu Frisuren geht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017